Musik Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe neue Mitglieder der Staatsregierung, es ist tatsächlich der letzte formale Akt. Es ist ein feierlicher Moment, ein wichtiger Moment. Es ist ein Privileg, in der Bayerischen Staatsregierung zu sein. Ich bedanke mich, dass ihr bereit seid, unserem Land diesen großen Dienst zu erweisen. Ich bedanke mich, dass ihr bereit seid, unserem Land diesen großen Dienst zu erweisen. Ich bedanke mich, dass ihr bereit seid, unserem Land diesen großen Dienst zu erweisen.